Was passiert, ist schau SORAKIMA GAS NAIER Jaaaah Anders wilds hier unterwegs Ich hab's geirr Warum guckt der mich jetzt so an? Alter das sind die größten Brüste die ich je auf Twitch gesehen hab Alter Wunderschön Ja Mag dich wirklich sehr gerne ich liebe dich total Ja Ja okay Kai das ist okay Jaaaah Ich mach das nicht mehr Ich möchte nicht mehr Operator sein Okay Corona Die sind alle gegen mich So Hennag nimm deinen Propeller Und dann mit Mary erstmal schön durchs Wohnzimmer Ganz ehrlich wenn die so ne Musik auch in der Kirche spielen ne Wäre für mich ein Grund wieder in die Kirche zu gehen Alter Ist die ihm warm oder der Mütze So Ist da überhaupt jemand im Chat hier hallo Ja moin Hallo Jumkeiieeeel Alter Das war dann auch die letzte Baute So Auch schöne Stimme Jumkeiieel gedacht ist, das wäre etwas Gutes für mich. Warte mal, warte mal. Du hattest den, du hattest den, du hattest den so ange... Stopp, 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 stopp. Tobi ist derjenige, der immer sagt Lost Place Tour, nehmen wir irgendwas mit. Ja. Und du sahst ziemlich lost aus. Aber ganz ehrlich, da hätte ich lieber hier so einen Kegel mitgenommen, alter. Ganz ehrlich jetzt. Lass meine Geschichten doch einfach mal so stehen, alter.